jo liebe leute weiter geht's mit Hogwarts Legacy mal gucken was wir heute für Aufträge noch haben also doch eigentlich wollte ich verstanden das mal ein Folge später legen okay brauchen wir jetzt nicht haben wir überhaupt eine Hauptmission doch wir haben gar keine Hauptmission mehr gerade weiß ich was wir machen dann weiß ich was wir machen so wir werden mal nach Hoxmed fliegen wir müssen sowieso in Hoxmed ran ich hab mal kurz mein Inventar überprüfen und dann geht's sofort nach Hoxmed weil A wollte ich die die Timmigeist suchen und B und B und B müssen wir sowieso gucken wir haben das 500 noch was toll oder so ja das lohnt sich schon mal wieder das lohnt sich überhaupt nicht wir können Dinge verkaufen das ist schon mal so wichtig wir können überhaupt nichts machen gerade die Ausrüstung sonst das Schwachste die wir so haben gut also wir müssen sowieso zurückzuholen wir müssen sowieso nach Hoxmed ich guck gerade nur so ein bisschen durch was wir haben so ok perfekto so haben wir noch irgendwas was ich jetzt verpasst habe das war noch eine Herausforderung was da noch nicht gedacht das habe ich nicht gesehen so da haben wir wieder einiges gekriegt ich habe noch nicht gesehen warum warum ja manche siehst du halt sehr gerne sehr schnell vor allem so fast brauche ich jetzt nicht und hier haben wir die den Hauch der Toten das ist immer gut das ist immer gut erschwinder und erschwinder Attentäterin und nach einem Waldtroll zusätzlich alle klar so also ja wie gesagt heute wurde ich eigentlich von den demige ist zu starten zusammen zusammen in der Hoxmed weil wir neun stück brauchen um wenn wir neun stück brauchen um alu mora 123 zu kriegen jetzt haben zu kriegen so gut an 3 war sowieso weil wir heißen sie noch aufgabe oder und wir haben noch eine aufgabe sprich mit die tritt was der feldkopf ich habe eine vorahnung ich habe eine dicke vorahnung was machen wir noch wie ich will gesagt ich möchte erst mal gerne ich frage mich ob sie bei gelegenheit in den drei ich habe eine vorahnung dass es jetzt um die verteidigen flüge geht karte jetzt muss ich doch gucken ob ich sie hinkriege die mission so wir müssen immer nach hoxmed region ne warte mal ja karte von hoxmed so also wir machen neun demi-gast starttouren drei so fünf sammlungstouren und 52 handbusset also das ist eigentlich groß aber bis zurzeit wir bekommen es noch zu durchsuchen sie hat sich irgendwie verändert denkst du an dein versprechen sie mit mir zu besuchen ich bin ja noch feldcroft auf und freue mich darauf dich dort zu sehen das machen wir auch hoffentlich kommst du jetzt mit dem explosions zauber zurecht er gehört zu meinen absoluten favoriten fertig ich bin ich muss ja die dinge verkaufen weil alles was wir jetzt das lassen wir noch das lassen wir noch weil da gebe ich jetzt der schall stärker so wir haben 1200 donnergebräue habe ich was von donnergebräue und die beide eigentlich sogar aber wir werden jetzt erst mal den das prezept für den donnergebräue das werden wir erst mal kaufen für das dollar den brauchen wir auf jeden fall für die eine mission ich habe die gebeten ihnen dabei zu helfen den raum zu nutzen um ihre ausbildung im bereich tierwesen zu vertiefen bitte treffen sie ihn dann dort so angeblich kann ich dich helfen wir müssen so schlafen ich versuche jetzt ein bisschen was ich will heute eigentlich gerne bis zum dinge suchen warte 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 es ist recht einfach du musst eigentlich nur warten bis die dinger sich drehen wenn wir hier schon mal in der nacht hier sind so gibt es hier keine ist die truhe wir gucken mal gerade wegen lumos ich brauche mal lumos gerade das ist es hier alles klar aber wo finde ich hier die ziemlich irgendwelche tibikeis soll ein stück geben und vor allem auch handbusseiten ohne ende und vor allem auch handbusseiten ohne ende also muss hier in dem hause ein demigeist sein oder was also muss hier in dem hause ein demigeist sein oder was ja ich befürchte dass wir zurückkommen müssen wenn die tatsächlich erst alle so 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 also so nicht oder Rebellion Lumos Constituent Expelliarmel Lumos Rebellion Warte mal Die Tür Die kann auch Was hieß Die Tür Vertragte Puls Zwo Da ist was Krass Die Tür ist offen Die Tür ist offen Ich fordere mich, dass keiner zu Hause ist Da ist bestimmt die Tür wieder oben Oh, dann Demigais Aber rein dirutsch, bis sich ja die neuen Demigais Finden Ähm Ohne die Ohne die So Den juckt das gerade gar nicht, dass ich hier bin Schloss Schloss auf Stufe 2 Schloss auf Stufe 2 Ja, die haben alle stößt auf Stufe 2 Sind alle natürlich heute schön da drin versteckt Was haben wir denn hier? Ein Demigais Oh, da ist irgendwas Und das war mir klar Irgendwie Hör mal Hier ist ein Demigais So laut Ist er hier hinter? Ja, der ist hier hinter Nimm mal mit Das ist toll, dass du hier zu melden bist Wie viel haben wir jetzt zusammen? Zwei eigentlich, ne? Oder was? Jo Zwei Zwei Aber wir müssten Hä, wie gesagt Wir müssen eigentlich alle Äußerlich suchen Um dann um Rat zu kommen Sie müssen doch irgendwo sein Das ist nichts Das ist nichts Geh mal weg Geh mal weg Da ist auch irgendwas? Wie geht's da oder so? Bis zum nächsten Mal. ein bisschen kohle ist dabei hier bräuchte 7 Demi kreis Demi The Hogsmeet Oh, 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 oh. Ja, super. Jetzt probieren wir den Gas auf die drei Beeten. Okay, also, ich versuche es gerade raus, ich muss noch ein Stück finden und ich versuche euch jetzt, die, die ich jetzt soweit ... Ich glaube, es ist bis auf einen, dann kannst du sowieso fast alle, zumindest wäre ich das ... Jetzt muss ich gucken, wo die drei Besen sind. Äh ... Wollen wir sie denn ... Die drei Besen ... Also, das war das hier ... So ... Das sind jetzt nicht die drei Besen, aber da soll angeblich auch noch einer sein. Also, ich habe hier eine Map auf, wo ich jetzt gerade ein bisschen nachgucke. So ist es hier ... Hallo, und wie wollen Sie heute gerne aussehen? Nicht wirklich ... Moment, ich bist mir gerade nicht ... Kann ich bei dem nicht mal rumgucken gerade kurz? Danke. Da ist eine Ruhe. Ich möchte jetzt gerade nicht ... Jetzt sehe ich jetzt ein bisschen blöd, dass es jetzt hell ist draußen. So ... So ... Ne, ich schicke es nach und nach. Also, die drei Besen auf jeden Fall. Wo haben wir denn die drei Besen? Hier bin ich. Da sind die drei Besen. Weil daneben muss ein Haus sein und das wird wahrscheinlich das da sein. So ... Hier sind die drei Besen. Oder? Ne. Warte mal. Die drei Besen sind doch ... Das sind doch so richtig. Die drei Besen sind hier und ein Haus, was daneben. Warte mal. Die drei Besen muss ich rein. So. Schön, dass Sie hier sind. Oh, bitte sag, dass du eine Antwort nicht zu den Schmetterlingen hast. Nein, da bin ich nicht. Ich suche gerade was anderes. So. Sie? Da muss eine Stufe 1 Tür sein, angeblich. Wenn ich hier rankomme. Ähm. Nicht richtig, überhaupt. Ich laufe die Treppen bis ganz nach oben. Perfekt. Ich laufe die Tür. Ja. Was ist es, einer sein? Warum? Ich laufe die Tür, als wir einfach aus praweln? Ich laufe aus. In der Mitte ist es zuerst. Ich laufe die Tür. Warte mal. Das ist etwas. Ich laufe. Das ist ja nicht. da ist so truhe damit ja ich kann sie nicht weitermachen das ist das problem meine sache aber da draußen kreuz auf der handbusseite aber ich weiß dass zumindest einer hier oben ist also ich lasse ich kann hier nichts machen jetzt gerade aber ich weiß wo einer ist und ich muss jetzt sagen dass es so gut dann brechen wir hier kurz ab das geht bringt nichts ich würde jetzt gerne halt wie gesagt ich hätte gerne hier ist auch mit kur mit er habe ich so gerade so ein bisschen aber 50 oder dollar mit eingenommen schön dass sie hier sind so ich kann gar nicht genug dafür danken dass sie das vor den tollen gerettet haben bringt jetzt sicherlich oder warte mal ist es wird schon wieder dunkel aber irgendwo ist ja nur eine handbusseite gewesen sein ich habe irgendwo eine handbusseite gesehen ich weiß auch nicht wo sie ist die hier rumgefährscht ist noch leid tun hab dich so in erster linie ist leider jetzt gerade nicht allzu viel machbar hier ist auch was zum plündern oder doch da ist doch was irgendwas also das ist wieder hier so eine sache die ich weiß ich noch irgendwas habe ich gerade nicht weiterkomme wir haben ja auch in hoax war hat sich zweiter machen können an dem begeistert haben es geht nur halt leider im dunkeln so gut na gut sind wir auf der hut geht leider nicht gerade so die kitze ja wir brauchen halt neuen dinger aber es ist vor allem dieser dunkle jetzt kann man sich machen gut ich spreche dann ja wir sehen uns in der nächsten episode wieder und dann machen wir noch mal eine hauptmission und dann wird es wahrscheinlich die mit dem hastigen werden bis dann 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 bis dann